Im Mittelpunkt ist Jesus. Das hat Papst Franziskus an diesem Sonntag bei der Messe zum Welttag des gottgeweihten Lebens mit mehreren tausend Ordensleuten betont. An dem Festtag wird der Erstgeburt 2 Jesu gedacht, als er von seiner Mutter Maria in den Tempel gebracht und dort vom Greisen Simeon als Messias erkannt wurde. Franziskus hielt bei seiner Predigt im Petersdom fest, dass diese Begegnung ein Treffen von Jungen und Alten war. Es ist ein Treffen zwischen Jugendlichen, die voller Freude über die Einhaltung des Gesetzes des Herrn sind und älteren Menschen, die voll Freude sind über die Handlung des Heiligen Geistes. Es ist ein einzigartiges Treffen zwischen Observanz und Prophezie bei der Jugend, die der Regel Treuen sind und die Alten prophetisch sind. Das scheint ein Gegensatz. In Wirklichkeit aber, wenn wir uns das gut überlegen, wird die Observanz des Gesetzes durch denselben Geist berührt und die Prophezie bewegt sich auf denselben Weg, der durch das Gesetz festgelegt wird. Wer ist denn mehr als Maria vom Heiligen Geist erfüllt? Wer sonst ist gegenüber der Handlung des Geistes gehorsam? Im Licht dieser Szene aus dem Lukas-Evangelium blickte Franziskus dann auch auf das geweihte Leben als ein Treffen mit Christus. Die Testimonianza der Liebe und der Misericordie von Dio.